Hallo und herzlich willkommen auf eurem Game Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Heute gibt es ein zweites Tutorial und zwar möchte ich den ja den Fotoeditor Polar installieren. Polar ist ein Videoeditor, den gibt es für Chrome OS X oder für Chrome OS muss man sagen, für Windows, für Mac, für iOS, für Android und so weiter was ich vergessen habe. Vielleicht noch Windows natürlich und den gibt es auch als Bezahlversion. Ich jedenfalls werde diese Bezahlversion nicht nutzen, sondern einfach die Version, die kostenlos ist. Ich habe jetzt hier, was ihr hier seht, ist mein Linux Desktop. Ich werde mal hier diesen Browser hier starten. Ihr startet euren Browser natürlich auch eurer Wahl logischerweise und gebt einfach in euer Suchfeld ein Polar mit zwei R und und nein, das meinte ich nicht, sondern ich meinte den hier Free Photo Editor Polar. Ja, so und da kommt ihr auf diese Seite und da seht ihr schon Web Online, Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux und so weiter. Und ich kann ja mal hier Web Online aufmachen vielleicht, ja und ein bisschen nach unten scrollen und ihr seht, hier gibt es so einige Fotos, die schon bearbeitet worden sind mit Polar und so weiter. Und aber ich möchte hier die Linux Version herunterladen. Ihr könnt natürlich hier die Windows Version herunterladen. Ich werde jetzt mal hier die Linux Version herunterladen, also klicke darauf auf diesen Link und dann kommen wir zu GitHub oder GitHub muss man sagen. Hier gibt es die Möglichkeit, entweder das als Zip herunterzuladen, zu entpacken und dann zu installieren oder dieses Git klonen und dann von da aus zu installieren oder für auf Debian basierte Linux Versionen, also wie Ubuntu beispielsweise gibt es die Möglichkeit über ein Debian Paket, also einen Debian Installer, das zu installieren. Ich habe mir den schon heruntergeladen. Man klickt praktisch jetzt hier auf diesen auf diesen Link und dann kann man den Installer herunterladen. Das ist ein sogenanntes Debian Paket, also Debian Paket. Wenn ich jetzt hier in meine Downloads reingehe, dann seht ihr schon hier Polar etc. Ja, ich habe es mittlerweile X Ubuntu 16.04 LTS wieder drauf, weil ich meinen Rechner neu aufgesetzt habe und habe da Windows dazu gemacht und deshalb habe ich das der Einfachheit halber mal gemacht. In der Regel nutze ich ja immer Arch oder irgend so etwas, aber das geht jetzt hier auch. Und ja, ich habe mir heruntergeladen in Ubuntu oder beziehungsweise X Ubuntu 16.04 LTS als allererstes einmal einen dieses Gdebi, sudo apt install Gdebi und wenn ich das hier dann, ja kann jetzt nicht gefunden werden, weil ich es auch falsch geschrieben habe. Da kommt nämlich das E raus hier. Gdebi so und kann jetzt nicht gefunden werden, weil ich schon wieder falsch geschrieben habe. Ach Gott, ach Gott. Sage mal, das ist der Vorführeffekt. Ihr entschuldigt das bitte. Ist bereits die neueste Version. Das habe ich zweimal falsch geschrieben. Auch gut. Ja, okay. Und dann könnt ihr euch das heraussuchen, wenn ihr hier rechte Maustaste drauf geht. Einmal öffnen mit der Softwareinstallation oder öffnen mit Gdebi, Paketinstallation. Ich nehme mal hier Gdebi und ja, warte mal einen kleinen Moment, was der, was das Installationsprogramm hier sagt. Und es dauert einen kleinen Moment. Und ja, powerful and easy to use, Fotoeditor etc. Paket 14. Pakete werden installiert. Das mache ich jetzt mal. Dann kommt hier noch das Passwort und jetzt wird dieses Paket installiert. Und ich hoffe doch, dass das relativ schnell geht. Dauert wahrscheinlich auch einen kleinen Moment. Ja, man sieht es hier und übers Terminal. Ja, und wie auch immer. Und dann, wenn ihr installiert habt, ist die Geschichte zu Ende. Kann man gleich zumachen. Nach erfolgreichem Speichern der Änderung automatisch schließen. Habe ich hier angehakt. Ich denke mal, dass das gleich zu Ende ist hier. Hat er gemacht. Jetzt warte ich mal noch, bis die Maus ein bisschen aufhört mit der Dreherei hier. Und ich würde sagen, schließen wir das. Machen wir zu. So, jetzt haben wir diesen Editor installiert. Jetzt gehe ich mal hier auf Polar. Polar. Da suche ich den. Dann habe ich hier. Dann halte ich mit der linken Maustaste fest und ziehe mir den gleich mal hier unten. In die Leiste. Da ist er auch schon. Und jetzt, wenn ich den starte. Und dann kommt normalerweise gleich hier erst einmal eine Abfrage darüber, wie ich also arbeiten möchte als Profi oder als Laie und so weiter. Ich habe gleich den Profi Desktop hier angewählt. Und man kann hier ein Beispielfoto öffnen, um eben hier bestimmte Dinge lernen zu können über. Ja, wie sagt man? Über Tutorials, die hier dabei sind in diesem Editor. Ich mache den mal groß hier und gehe mal auf F11 wäre dann. Oder kann ich das hier rechte Maustaste. Vollbildmodus möchte ich jetzt nicht ganz machen. Aber ihr seht, hier hat es Filter und so weiter. Und da kann man hier diese Filter bearbeiten und so weiter. Man kann das alles hier auf der Seite hier. Farbe, Lebendigkeit, etc. Man kann das hier neu starten. Die globalen Anpassungen und man hat die Möglichkeit hier das zu schließen. Effekte und so weiter. Und mit diesen Geschichten hier Farbe. Man kann globale Dinge anpassen hier neu und so weiter. Und man kann hier über diese Geschichte hier lernen, wie man mit diesem Editor arbeiten kann. Über Dunstentfernungen, Gesicht, etc. Verzerrungen und so weiter. Und da gibt es eine Menge Tutorials, die man hier vorgegeben bekommt. Durch die werde ich mich im nächsten Video durcharbeiten. Und hier unten auf der rechten Seite könnt ihr das Original und so weiter vorher anschauen. Und hier vielleicht noch, man sieht jetzt den Unterschied. Ja, haben wir noch einige Filter. Da gibt es noch mehr Filter. Da kann man Filter kaufen. Die möchte ich aber nicht kaufen. Und so weiter. Und wie auch immer. Und ja, also in diesem Sinne habe ich jetzt mal gezeigt. Okay, das ist dieser Editor, mit dem man so einigermaßen hier arbeiten kann. Und ich werde dann noch ein paar Polar Videos machen. Und mit dem habe ich jetzt begonnen. Und ihr habt es gesehen. Download, Seite, runterladen, installieren und beginnen. Herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn es eine Schreude gemacht hat. Wie gesagt, versucht es mal mit dem Ding. Ich werde jetzt die Tage, das eine oder andere Polar Video machen. Und wir werden mal diese, wie sagt man, diese Tutorials hier abarbeiten und so weiter. Und ich werde mich dann noch ein bisschen mehr in diesen Editor einlesen und einarbeiten. Und ja, okay. Ich wünsche noch viel Freude heute. Und vielen Dank nochmal fürs Schauen, für die neuen Menschen, die hergefunden haben. Gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Und ja, viel Freude und bis dann. Bis dann.